Gerüstbau ist für mich so etwas wie die Art of Scaffolding. Das bedeutet die Kunst, Zugänge und sichere Arbeitsplätze an Orten zu schaffen, wo nur ganz wenig Menschen hinkommen. Auf der Baumarkt kann sich der Gerüstbauer von uns natürlich wie immer viele Innovationen erwarten. Unsere Entwickler haben die letzten Jahre alles getan, um unseren Peri-Up Gerüstbaukasten, unser Peri-Up-Kit weiterzuentwickeln. Dazu noch sind einige Services gekommen, die wir unseren Kunden für ihre tägliche Arbeit auf der Baustelle anbieten. Und nicht zuletzt hat Peri auch im Bereich der digitalen Produkte sehr viel vorangetrieben. Und weil die Bauma nicht zuletzt ein Tor in die Welt aller Baustellen ist, nehme ich euch jetzt mit auf eine dieser Baustellen. Kommt mal! Also, ihr wisst jetzt ja, dass unser Peri-Up Gerüstbaukasten aus ca. 350 Bauteilen ziemlich viele Anwendungen realisieren kann. Ein Beispiel dafür ist unser Fassadengerüst Peri-Up Easy. Das und viele weitere Neuigkeiten gibt es bei uns auf der Bauma zu sehen. Und das Besondere an der Bauma ist, dass wir dort sieben Tage mit unseren Kunden diskutieren und Gespräche führen, aus denen nicht zuletzt viele Entwicklungen entstanden sind. Und am Schluss können wir natürlich auch noch gut miteinander gemeinsam feiern. Wir freuen uns auf euch auf der Bauma. Wir haben viele neue Produkte und Innovationen für euch vorbereitet. Also alle Gerüstbauer und die, die es noch werden wollen. Bis dahin, bleibt sicher auf euren Baustellen. Servus!